ab niemand 1 mit und dann immer noch ein kleck mit in die Hölle wir müssen Schweinebriester können ich hab Hunger ja ich auch Musik ist zu lauuut und ich tue lieber mal Sand vor den Internet als dann wieder ein Spreeper pass auf geh mal nicht runter geh mal nicht runter das ist jetzt arschwichtig wo runter ja einfach nicht mal runter also wo wir gerade waren noch runter mit den Treppen da ich baue jetzt lieber ne Tür weil Sand schießt Sand schießt der Typ auf dich achso du bist noch gar nicht drüben ich baue erstmal ne Tür vornäht da wegen Creeper ja so ne Tür ist schon ne tolle Erfindung ich komme ich komme hab ich Kohle dabei hast du Kohle dabei Sigi Moment so ähm Kohle 2x4 1x64 gut wow wo ist unser Haus das ist gerade irgendwie nur ne Fertig geladen ja keine Ahnung da eben wo unser Haus ist ich kann's echt nicht sagen wenn ich jetzt mal wüsste müsste ich nicht da sein ich hab ein Kurzzeit Gedächtnis äh wo der ah jetzt mal ohne Scheiß aua oh jetzt brenne ich schon wieder und bin gleich tot ja mit zweieinhalb Leben mitten durch Neta durchgehen macht halt einfach Gaudi echt jetzt ja macht das echt Spaß ich würde äh überhaupt keinen Spaß haben boah Creeper hallo Creeper hallo Creeper ich hab keinen Stein mehr ich hab gar nichts mehr oh ey warum wenn ich die Tür ich hab grad die Tür aufgemacht und hab Leben verloren hä was ergibt denn das so Sinn ich hab einfach so ein halbes Leben ach mach dir nix jetzt geh mal Mario wieder ein halbes Leben weniger ja jetzt stirbt ja oft die Lug ja hast eigentlich auch recht ja und warum immer bloß weil die von hinten kommen und dann Arnscope machen Arnscope gleich ja schließen die auf dich oder auf mich wo bist du überhaupt und ne ich komm mal zum Portal komm mal zum Portal komm mal zum Portal ja bin ich ja ich bin im ganz anderen Portal ja ja wo ist eins Aua jetzt schießt er schon wieder auf mich boah komm einfach mal zum Portal hier bin ich doch geh da raus nein ich bin nicht das ist ein anderes ah nein das ist es das ist es ja ok dann ist es das dann komm du mal zu mir äh äh ich komm jetzt sicherlich nicht nochmal ohne Schutz und den ganzen Scheiß wow warte mal wo bist du jetzt ja vor uns am Neta also in der realen Welt dann komm mal rein jetzt bin ich da jetzt zeig's dir mit zwei Leben geh ich doch nicht nur da rein ach jetzt geh doch mal rein ich brenne ich brenne gar nicht zu mir trotzdem Leben ich geh sicherlich nicht mit einem Leben da rein nein weil davor auch Feuer war jetzt komm ich geh mit einem Leben da nicht rein dann heißt wieder boah du bist so behindert der Mario verregt so oft das ist doch scheißegal jetzt komm einfach rein dann bist du schuld wenn ich verreg ja ich bin dann schuld ja ja das gehört Freund kannst du? ja warte doch und jetzt? hä? ja sag ich doch mit einem anderen Meter F3 hä was ist denn das? ach ich weiß warum weil es erlöscht wurde geh mal nochmal rein oh ja und jetzt? also geh mal wieder wieder in die reale Welt und danach wieder zurück ey wie oft willst du wie oft soll ich das noch machen? nein ja weil es erlöscht war es weil er erlöscht ich bin gleich wieder tot boah ich hasse das Land das ist ja noch schlimmer als wo du noch deinen alten Computer hattest was? schade also ich meine... hä das hat nichts mit mir zu tun das hat was mit dir zu tun wenn ich da einfach so runter falle ey wie lang oh oh die Tür ist offen ja gar nicht jetzt ja jetzt bist du hier ich bin nicht tot alter ey du bist so behindert was ist denn? wieso gehst du zurück wenn... ach egal ey wie soll ich denn zurückgehen wenn ich noch gar nicht drin bin? ja ich bin aus ich hab doch gesagt ich hab nur noch ein Leben mir reicht die Fahrt aber du nimmst nicht meine... aah da 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 bloß weil ich immer wegen irgendwas immer kommt in der aah aah aber ne ich sag bloß das Feuer sind erlöscht ich reg mich jetzt doch nicht auf ja ach du regst mich voll auf du willst mich mal aufregen hören das hast du noch nie klar ne oh doch ne ich sag nur mein Herzen ist kaputt echt jetzt? ja die Kopfhörer sind da ist die Polsterung und das Kabel da ähm abgegangen ich hab... wow ja dann hättest du ne volle Marsch abgebrochene ja bei mir auch abgebrochene ja ach kannst du hässer halt schmeiß es einmal in den Boden und dann ist das kaputt aber du was du hast das voll auf den Boden geschmissen ha das bin ich doch besser ne hehehe so hast du zu Ende geholzt boah ah schon noch nicht stimmt ich bin ja verrückt hihihi hihihi ehh was mach ich da Wir machen als Special Nähter und dann normal gehen wir auch noch mal in Nähter. Ist das nicht geil? Ich hab doch gesagt, FIFA ist besser. Ja, er macht mich verarscht, FIFA ist nicht besser. FIFA ist viel besser, als zweimal Nähter zu gehen. Nee. Ja, zweimal schon eigentlich, aber... Da macht eh keiner mit. Ja toll, und der Max hat's auch bloß so gesagt. Was? Weil er behindert ist. Was denn? Dass FIFA besser ist, FIFA ist nicht besser. So was von besser? Ja, bloß was der Max sagt. Nee, es ist einfach besser als mit Nähter zu gehen. Nee, als Nähter nicht, aber als zweimal Nähter schon. Wir wollten das eine sprengen. Warum haben wir's nicht gemacht? Ja, weil du dumm bist. Weil du in den scheiß Urlaub fahren musstest. Hä? Was ist? Deswegen war's, aha. Ja, weil du dann... du warst einfach weg und dann konnte ich nicht weitermachen. Ja, klar. Es ist so. Außerdem hätt's dann eh wieder sowas von Gleck, dass uns Speile rausgekickt hätte. Ja. Wie viel FPS? Was? Hast du. Äh, 35? Ich hab auch 35. Und wir nehmen dich mit Fraps auf. Ach. Also ich schon. Na, wenn... Ach ja. Wir wollten... Ach egal. Was wollten wir? Wir wollten... Oder ich wollte noch fragen, ob jemand vielleicht ein Kanaldesign machen kann. Weil wir haben einen Scheiß... Nee, bleiben uns nett und dann sollten sie uns auch noch ein Design machen. Ja. Weil wir haben, äh... Ne, doch, paar schreiben schon. Die netten halt. Die coolen. Meinst du? Ja. Ich mein, die sind cool, sonst würden sie uns nicht schreiben. Nehmen wir ernst, weil uns ist voll abgekackt und wir würden... Ja. Alter, der gibt's dir mal. Hä? Wow! Du hättest mir auch sagen können! Hä? Oh Mann! Ja, vergib dir mal und ich knie so! Ja und ich und... Vergiss es! Hast du noch Stein? 52. Mach das mal zu! Ja, danach gehen wir aber raus! Ja, wir müssen doch noch Dinger farmen! Ähm, wir haben jetzt schon über 10 Stacks! Oha, nein! Ich hab jetzt... 2... Und noch 4 1 halb im... Chest drin! Ich hab... 1! Und den Rest? Ja, nirgendwo! Ich bin verreckt! Alles ist verpufft! Verpufft! Hehehehe! Philip hat... Man hat verpufft gesagt... Hehehe! Hehehe! Honk, Hä? Wir sind wie krank Du hast es nicht gecheckt Wow Und jetzt gehen wir mal wieder raus hier Kommst du? Wo bist du? Ich geh grad raus Das ist klar für uns Geh, 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 geh Du, 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 z, du, 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 du. Also, wir werden jetzt hier wiederרגelt.